Monsieur Gourmelin, unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Sie mit Bastien Gourmelin keine Gene teilen. Ich teile keine Gene mit meinem Vater? Bastien Gourmelin ist nicht Ihr biologischer Vater, es tut mir leid. Willst du mit Opa darüber sprechen? Bist du nicht neugierig, wer dein Vater ist? Ich hab schon einen, das reicht mir. Ach ja? Wieso nervst du mich dann so herauszufinden, wer Ihrer ist? Hast du einen Date? Guten Abend. Was bist du von Beruf? Springmittelräumer. Was denn für Springmittel? Meistens sind es Bomben. Bomben? Ah. Monsieur Gourmelin, ich weiß jetzt, wer Ihr Vater ist und habe ihn gefunden. Kann ich Ihnen helfen? Sie haben meine Mutter am 23. Juni 1970 kennengelernt. Sie haben mich zum Café angeladen, um herauszufinden, ob ich Ihr Vater bin. Papa? Sie haben eine Tochter. Sagen Sie ihr bitte nichts. Ist das meine Schwester? Kein Wort zu ihr, mein Junge, bitte. Meine Tochter Anna, er war ein Gourmelin. Na sowas. Haben Sie Probleme mit Frauen? Nein. Warum? Das bedeutet also, wenn es Klick gemacht hat. Ich erkläre es Ihnen. Sie haben nicht zufällig einen Luftballon? Was machen wir da gerade? Na, das, was man so macht, wenn ein Mann eine Frau zum Essen ausführt. Die Basis. Wir schaffen die Basis. Es tut mir leid. Ein Kind muss einfach wissen, wer sein Vater ist. Da ist etwas zwischen uns. All seine Fehler hat er von seiner Mutter. Und von dir? Was hat er von dir geerbt? Aber Ihr Vater ist er. Ein netter Mann? Was haben Sie bloß mit meinem Vater? Sind Sie Geron Tophil? Was hat er? Untertitelung des ZDF, 2020